Die Ausnahmetatbestände waren aber größer. Und wissen Sie, was kam hinzu? Bei den 53 Prozent hatten wir 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, weil der Einkommenssteuersatz ganz oft die betriebliche Steuer ist. Wir haben heute eine geringere Steuer, aber viel weniger Ausnahmen und Gott sei Dank nicht eine so hohe Arbeitslosigkeit. Ich kann es Ihnen beweisen. Für den Faktencheck wird das... Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig, weil Deutschland, wie gesagt, hatte ich vorhin schon erklärt, durch Lohndumping seine Exportindustrie angekurbelt hat und damit die Arbeitslosigkeit in andere EU-Länder exportiert hat. Das, was die deutsche Exportindustrie dazubekommen hat, das ist einerseits beim deutschen Binnenmarkt weggefallen. Also so eine Sektoren wie Gastronomie, die haben sich dann halt schlechter entwickelt. Solche Dienstleistungsbereiche haben sich schlechter entwickelt. Und das ist bei anderen EU-Ländern weggefallen. Also dass die Industrien in Frankreich, in Spanien, in Griechenland, in Italien so große Probleme haben, liegt daran, dass Deutschland Lohndumping betrieben hat. Also da jetzt zu sagen, wir haben so geringe Arbeitslose wegen der Steuern, das ist völlig irrelevant, das ist das Steuersystem, wir haben. Wir könnten einen Spitzensteuersatz von 90 Prozent haben, wir könnten einen von 10 Prozent haben. Es hätte aber die Arbeitslosigkeit keinen großen Einfluss. Das Steuersystem ist viel, viel relevanter, wie der Staat sich insgesamt... Agitator Blödsinn von dir gerade? Äh, wieso? Begründet das bitte? Es ist viel, viel relevanter, wie der Staat sich insgesamt verhält. Wie gesagt, also wenn der Staat jetzt sich solche schwachsinnigen Regeln gesetzt hat, wie die Schuldenbremse beispielsweise, dann ist ein hoher Spitzensteuersatz sogar besser für die Wirtschaft als ein niedriger Spitzensteuersatz. Denn ein hoher Spitzensteuersatz bedeutet, man belastet reiche Einkommen mehr und Arme weniger. Also wenn man das dann durch Steuersenkung bei den Armen ausgleichen würde. Also Steuersenkungen bei Armen bedeuten, man entlastet Menschen mit einer hohen Konsumquote. Das heißt, man entlastet Menschen, die viel Geld wieder in die Wirtschaft geben, die für viel Nachfrage sorgen. Also Spitzensteuersatz, der beträgt aktuell 45 Prozent. Den muss man ab Einkommen von einer Viertelmillion Euro bei einem Single-Haushalt zahlen. Also es ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Ja, wenn man denen etwas erhöhen würde, dann würde das nicht groß schaden. Leicht zu umfangreich, aber es ist so, dass Menschen, die so viel verdienen... Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht falschen Eindruck erwecken. Natürlich ist der Spitzensteuersatz relevant. Aber für das Wachstum in Deutschland, das wir die letzten zwei Jahrzehnte hatten, da ist das deutsche Lohndumping und das Wachstum unserer Exportindustrie viel, viel relevanter. Also Deutschland hat dieses Wachstum auf Kosten seiner eigenen Arbeiterschaft und auf Kosten des europäischen Südens geschafft. Und nicht... Also es hat wenig mit unserem Steuersystem zu tun, das wollte ich nur sagen. Natürlich ist das Steuersystem auch relevant. Natürlich sorgt ein Steuersystem, wo man die Armen mehr belastet und die Reichen entlastet. Dafür ist der Binnenmarkt weiter abschmiert. Aber wie gesagt, den Binnenmarkt, den hat man in Deutschland ja absichtlich geschwächt, um die Exportindustrie zu stärken. Ja, mein war nix. Natürlich ist Deutschland einer der größten Nettozahler in der EU. Wenn das, was wir... Also weil die Industrie in diesen Ländern eben kaputt gegangen ist, weil diese Länder Leistungsbilanzdefizite gemacht haben, muss die EU das natürlich irgendwie ausgleichen. Es gibt nämlich nur zwei Optionen. Entweder man sieht irgendwann ein, dass diese Schulden sich nicht mehr bezahlen lassen und löst diese Währungsunion auf. Man sagt, okay, Euro war wohl eine schlechte Idee oder man geht in die Transferunion. Aktuell, ja, geht man in die Transferunion. Das sorgt in Deutschland dafür, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, dass man Gelder in die Länder zahlen muss, denen es ja dank des Euros so schlecht geht und dank der deutschen Exportstärke. Und dass man in den Ländern, die notdürftig durch Transfer aus einem Leben gehalten werden, dass man da keine Lust hat, in der Eurozone Mitglied zu sein, in der Deutschland defaktor den Ton angibt und in dem es einem dank der deutschen Stärke so schlecht geht. Also das ist ein System, von dem die Bevölkerung in keinem der Länder profitiert. Und von dem auch eigentlich nur ein einziger Sektor profitiert, nämlich die deutsche Exportindustrie. Das ist niemandem, dem das irgendwie nützen würde. Außer der deutschen Exportindustrie. Und ja, das war's. Das schwächt die EU, das sorgt dafür, dass die Peripherie immer weiter ausblutet, das sorgt für das Entstehen potenziell immer neuer Euro-Krisen, denn diese Transfers, die können ja nie und nimmer das ausgleichen, was diesen Ländern an Wettbewerbsfähigkeit verloren gegangen ist. Also der deutsche Leistungsbilanzüberschuss, der bewegt sich in Größenordnungen von rund 200 Milliarden Euro pro Jahr. Also so groß ist das, was Deutschland netto in die EU einzahlt, ja nicht. Also das sind die Größenordnungen, von denen wir hier reden. Hunderte Milliarden von Euro pro Jahr. Ich fragt gerade einer, sollte es einen Nord- oder einen Südeuro geben? Auch das löst die zentralen Probleme nicht. Also ja, dann wären einige Länder, an denen die Lohnstückkosten stärker gestiegen sind wie Italien, dann wären die aus dem Nordeuro raus. Aber ja, selbst dann gäbe es immer noch einige Länder, die eine vernünftige Lohnentwicklung hätten und einige Länder, die eine sehr, sehr schlechte Lohnentwicklung hätten, wie Deutschland oder die Niederlande. Also da hättest du dann die gleichen Probleme auf kleinerer Ebene. Also du hättest kleinere Probleme insgesamt, da du ähnlichere Länder zusammenpacken würdest. Aber eine Währungsunion, die kannst du eigentlich nur machen, wenn es Übereinkommen in der Lohnpolitik gibt. Und solange es dieses Übereinkommen nicht gibt, und das haben wir in der Eurozone gerade nicht, wir haben überhaupt keine Regeln für die Lohnsetzung. Aber solange es das nicht gibt, hast du das Problem, dass einzelne Länder sich durch Lohndumping-Wettbewerbsvorteile erschleichen können, so wie Deutschland das in den letzten 20 Jahren gemacht hat. ...zahlen heute weniger Steuern, als sie es damals getan haben. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, okay, jetzt empfehle ich euch noch ein YouTube-Video, aber schaut da gerne mal rein. Einer Flassbeck hat einen wirklich, wirklich guten Vortrag zur Euro-Krise gehalten. Wartet, 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 wartet. Den kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch den, wartet, wartet, schaut euch den gerne an. Das ist wichtig, dass man diese Zusammenhänge versteht. Also wie gesagt, wie das deutsche Lohndumping zur Euro-Krise beitrug. Einer Flassbeck zur Situation der Euro-Krise, das ist der hier, wo er das gut erklärt hat. Also der hat einige auf YouTube veröffentlicht. Schaut euch die gerne an. Aber das hier ist der, den ich am ehesten empfehlen könnte. Also hier zoomen wir sogar schon an der richtigen Stelle rein. Hier sieht man auch, wie katastrophal sich die Arbeitslosigkeit in der Europäischen Währungsunion entwickelt hat. Und diese hohe Arbeitslosigkeit, die wir in der EU jahrelang hatten, die ist auch mitverursacht durch diese deutsche Exportstärke, die die Arbeitslosigkeit in anderen EU-Ländern eben nach oben getrieben hat und die auch die deutschen Windmark geschwächt hat. Ich meine, wir haben in Deutschland ja immer noch das Problem, dass die Realeinkommen großer Teile der Bevölkerung seit 30 Jahren überhaupt nicht gestiegen sind. Das ist die andere Seite dieser Exportstärke. So ohne die Armut von einem relevanten Teil der deutschen Arbeiterschaft ist diese deutsche Exportstärke, die wir gerade sehen, nicht vorstellbar. Du schreibst immer Blödsinn im Chat. Aber jetzt nenn doch mal ein Argument, warum das frisch ist, was ich gerade sage. Ich kann ja auch mal gucken, ob die relevanten Statistiken, die ich euch zeigen wollte, zumindest bis 2017 hier drin ist. Also in den letzten Jahren ist gar nicht mehr viel passiert. Inflation und Löhne. Wartet, wartet, wartet. Dann kann ich es euch hier sogar... Wie gesagt, ist bei einer Live-Reaktion immer ein bisschen schwierig. Zentrales Problem der Währungsunion. Hier Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten. Die sind in Deutschland wesentlich schwächer gestiegen als in allen anderen Ländern der Eurozone. Das hier ist jetzt eine nominale Größe. Das heißt, diese fast 30 Prozent Steigerung, die ihr hier seht, weil in Frankreich bedeutet nicht, dass sie über 30 Prozent mehr in der Tasche hätten, sondern das ist einfach eine nominale Steigerung. Also hier ist die Inflation nicht rausgerechnet, weil man, wenn man auf Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Währungsunion guckt, weil man sich dann eben die nominalen Größen anschauen muss. Dann darf man sich keine realen Größen anschauen. Und in Deutschland, da sind die Lohnstückkosten eben viel, viel schwächer gestiegen als in Frankreich. Besonders geschwächt wurde das durch die Agenda 2010, Anfang der 2000er Jahre. Die massiven Rentenkürzungen, die ja auch die Nachfrage abgewirkt haben, die den deutschen Binnenmarkt geschwächt haben. Diese Schwächung des deutschen Binnenmarkts, die war gewollt, womit man eben die Löhne drücken konnte. Wenn eine Arbeit, also auch diese hohe Arbeitslosigkeit, die wir zeitweise in Deutschland hatten, auch die war gewollt. Das war alles politisch orchestriert, alles politisch geplant von der Regierung unter Gerhard Schröder. Das ist kein Versehen. Das ist nicht schiefgegangen. Das hat alles exakt so funktioniert, wie es funktionieren sollte damals. Also das ist an dieser Statistik hier so wunderbar abzulesen. Ihr seht zehn Jahre keine steigenden Lohnstückkosten in Deutschland. Erst mit dem Einbruch der Produktivität in der Weltfinanzkrise sind die Lohnstückkosten etwas gestiegen. Und danach, also Anfang der 2010er, haben die Löhne, vor allem in den oberen Bereichen, haben wir begonnen, etwas zu steigen. Aber das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Diese steigende Armut in Deutschland, die stagnierenden Löhne über Jahrzehnte hinweg für breite Teile der Bevölkerung, die Explosion der Kapitaleinkommen und die Stärke der deutschen Exportindustrie. Das gehört alles zusammen. Das eine wäre unter das andere nicht denkbar. Und wie gesagt, schaut euch da gerne diesen Vortrag an, Heiner Flassbeck zur Situation der Euro-Krise. Da wird das alles genau erklärt. Können wir machen, aber bitte dann nicht nach der Prozentzahl. Nein, es geht um das, was auch zusätzlich dazukommt und um was man nicht als Abschreibung genutzt hat. Aber wir wollen hier nicht weiter streiten über diese Dinge. Tun wir ja, Sie bringen es ja rein. Dann will ich es aber entkräften, weil ich es immer wieder von Linken höre. Und meine beiden Argumente sind, 53 Prozent auf wenig... Wir beide, wir legen unser beiden... Lassen Sie mich doch einmal den Gedanken zu. Auch das, was Lindner hier erzählt, das stimmt so nicht. Wie gesagt, Veräußerungsgewinne waren früher nicht steuerfrei. Heute sind sie steuerfrei. Kapitaleinkommen wurden früher auch mit 53 Prozent besteuert, heute nur noch pauschal mit 25 Prozent. Und wenn man das ganz geschickt gestaltet, dann kann man diesen Steuersatz sogar noch weiter drücken. Also da gibt es sehr intelligente Steuersparmodelle, beispielsweise, dass man das in irgendwelche Stiftungen packt und da hat man effektive Steuersätze von unter einem Prozent in extremen Fällen. Und die Superreichen, die haben normalerweise so gute Steuerberater, dass sie eben genau das machen können. Und das ist ja auch so gut. 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 Vielen Dank.